Und da, was war das? Was war das? Pisch das Aircraft? Muss ich finden. Hm... Ich geh bald wieder zu Ende, das Rollfeld. Weitere nach Norden, das wird plötzlich im Meer. Das ist nichts, gell? So, cool. Haben wir jetzt schon alle Flugzeuge abgeschickt? Die drei, ja. Du würdest ja auch die Meldung kriegen, wenn du häufig in der Nähe bist, ne? Okay, warten. Was machen wir? Wenn, wir sollten nur mal zu den Flugzeugen hin. Habt mal die Tasks überprüfen. Bei mir ist Recon Airfield grün und Search and Gather Evidence aktiv, also äh, grau. Ja. Okay. Hm. Schauen wir noch mal zurück. Und das, was in dem Benio ist, wenn da schon so viele Hubschiffs drinnen sind? Hm, ich glaube nicht. Wir müssen nur suchen, nur Flugzeuge. Dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube, wir haben eh schon fast jeden Widerstand ausgeschlossen. Jawohl zurück. Überprüfen wir noch mal die Flugzeuge. Anders, anders fällt man nicht rein. Das grüne Flugzeug sieht man fast nicht, aber die anderen sind manchmal schon drüber unterwegs. Ich bin da noch gemeldet. Ich bin ein Zivilesflug, das da ist und da eis ist es schön. Ich schau nochmal da in die Linken, dass ich die Linken schreit mir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020